24-7-Global-Prayer-Konferenz 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 Es ist eine ganz große Freude, dass 24-7 den internationalen Kongress hier in Wien abhält. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, dass so viele Brüder und Schwestern aus der ganzen Welt kommen werden. Sieben Tage, 24 Stunden jeden Tag, also 24-7. Einfach zu beten. See you next Saturday and join us for this celebration together with Christians from all over the world. Wir laden Sie herzlich ein, sich dazu zu schalten. Es sei denn, Sie können selber mit uns im Stephansdom feiern. Es sei denn, Sie können selber mit uns im Stephansdom feiern. Es sei denn, Sie können selber mit uns im Stephansdom feiern. Hier ist es, Sie können selber mit uns im Stephansdom feiern.